Je schlechter die Nachrichten, desto doller die Märkte. Das scheint aktuell an den Märkten tatsächlich zu gelten, denn so richtig gut sind die Nachrichten ja eigentlich aus Sicht der Märkte nicht. Endlich hat die EZB sich auch durchgerungen, 75 Basispunkte hier zu steigen mit den Zinsen und das soll nicht der letzte Anstieg sein. Also die FED hat angekündigt, es wird mehr. Also rezessionsmäßig ziemlich klar. Beziffert wurde das, bis zu 150 Milliarden könnte uns das hier alleine in Deutschland kosten. Die Rezession, na gut, die werden wahrscheinlich nicht bei mir klingeln wegen des Betrages, aber insgesamt, was das angeht, nicht alleine nur gute Nachrichten, sondern durchaus Punkte, die zur Sorge mahnen. Inflation, hätte ich fast schon gesagt. Nein, wir haben schon den Fall, dass die ersten Firmen insolvent werden wegen der Energiegeschichte, also die ersten Großen, die da mal auffallen. Also ihr seht, das Ganze sieht nicht so gut aus. Aber den Markt scheint es nicht zu jucken, der geht nämlich aktuell tatsächlich nach oben und dabei spielt es fast gar keine Rolle, wo auf der Welt das der Fall ist. Wir fangen mal mit dem DAX an. Auch der auf dem Weg nach oben, was ich grundsätzlich jetzt nicht ein super Drama finde, nachdem wir doch so weit nach unten gekommen sind, hier übergeordnet, wäre doch eine Aufwärtsbewegung doch gar nicht so schlecht. Ich muss aber sagen, so richtig begeistert, ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich das auch völlig falsch, aber ist das die richtige Begeisterung hier? Also ich würde jetzt um Himmelswellen nicht aufrufen für die Shorties, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das einfach nur eine korrektive Gegenbewegung ist. Also sowas wie hier, sowas wie da, nur halt eine Nummer größer. Vorsichtig, das ist kein, auch nicht verdeckter Aufruf für die Short-Seite. Aber wir sollten vorsichtig sein vor Überbegeisterung, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Markt ja gerne mal irgendwie eine Korrektur macht, die irgendwo da in die Richtung reinreicht. Und das haben wir so halbwegs gesehen. Wir können da mal die Fibonaccis bemühen, wo das in etwa wäre. Und je nachdem, wie man das jetzt exakt einzeichnet. Aber da sind wir in der Range gerade angekommen, die geht von 13.100, ich sage mal 13.100 bis 13.500 von mir aus. Das wäre die Korrektur-Range. Es kann also noch weiter nach oben gehen und selbst dann noch korrektiv aussehen. Aber wir wissen ja, das ist so ein Klassiker, wo Korrekturen gerne hingehen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht findet ihr das gerade total klasse. Also damit meine ich nicht, ob mir jetzt lieber ist Long oder Short. Mir geht es dabei einzig und allein darum, ist die Bewegung, die wir jetzt hier sehen, ist das irgendwas, was richtig supergeil schwungvoll ist oder nicht. Ganz ist Polen da aber noch nicht verloren. Warum? Es gibt sicherlich Szenarien, die irgendwie in dieser Form aussehen. Das ist der Grund, warum ich jetzt nicht sage, geht mal Short tapfer. Wie denn? Der Markt schießt ja im Moment nach oben, da geht man ja nicht unbedingt Short. Also zumindest mal nicht im Guten direkt. Aber ich möchte zumindest mal, dass nicht nachher, ah, damit hat man ja überhaupt nicht rechnen können. Doch, doch. Also noch sieht das korrektiv aus. Welche Vorgehensweise ist jetzt aus meiner Sicht sinnvoll für den heutigen Tag? Aus meiner Sicht ist es relativ einfach. Solange wir die starken Bewegungen nach oben haben, und im Fünf-Minuten-Chart sind das nun mal starke Bewegungen nach oben und wird nach unten wackelige Bewegungen bekommen. Manchmal ist es offensichtlich, wie hier im ganz Kleinen hier beispielsweise. Manchmal sieht man es nicht so sehr, weil es so ein Rumgeholze ist und das so halbwegs gut aussieht, aber eben leider nur so halbwegs. Aber immer, wenn ich was Korrektives nach unten sehe, dreiwillig und nach oben getriggert wäre, würde ich sagen, naja, noch längst kein Grund, jetzt zu shorten. Im Gegenteil, dann die Longseite einfach nochmal ein bisschen mitzureiten. Aber ich persönlich bin vorsichtig, wenn der Kurs anfängt, sowas zu tun. Das alleine reicht mir nicht. Das ist nur der Wachrüttler sozusagen. Und wenn ihr jetzt fragt, wie weit kann das denn runtergehen? Jede Länge ist grundsätzlich natürlich erlaubt. Wenn das jetzt so kleine Bewegungen sind, naja, gut, dann wäre das, selbst wenn es so eine ABC gibt, ja immer noch ein mögliches Longsignal. Aber schon mal so ein erste Marke ist hier ungefähr bei 12.950 auf dem Future gemessen, ist beim Index aber so kurz vorm Verfall eigentlich das Gleiche. Aber da seht ihr, das sind so Marken, wo ich sage, ja, hier ist die Chance, dass der Kurs oberhalb dieser Marke noch einigermaßen safe ist, ganz gut. Allerdings, wenn der Markt jetzt hier diese starke Abwärtsbewegung macht und danach noch wackelig hoch, dann wäre ja die Zielseite, naja, sagen wir mal ähnlich groß wie die hier. Und damit seht ihr, wüsste man da oben schon, dass wir hier drunter kommen unter dieses letzte Zwischenhoch, was ich da gesagt hatte. Und dann weiß ich da oben schon, das nimmt nicht so ein gutes Ende, zumindest vorläufig mal eher nicht. Also im Moment würde ich mich da eher daran festhangeln und überlegen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Gewinnmitnehmer noch vorm Wochenende. Zu sehen ist das aktuell allerdings tatsächlich noch nicht. Schauen wir mal auf die Amerikaner, wie es da aussieht. Das ist grundsätzlich mal ähnlich. Der Dow Jones ebenfalls sehr, sehr attraktiv. Wir sehen eine starke Aufwärtsbewegung, die wir hier jetzt haben im Vier-Stunden-Chart. Tagesebene ist es eigentlich noch nichts großartig passiert. Es wird teilweise ja schon sehr gefeiert. Oh, Riesenaufwärtsbewegung. Naja, geht so. Wenn man ehrlich ist, da hat die Welt schon Größeres gesehen und es hat trotzdem nicht interessiert. Also ihr seht hier, die Bewegung ist deutlich größer und nachher wäre die Antwort eben nicht korrektiv runter mit Trigger nach oben, sondern mit, ihr könnt uns alle mal, wir gehen noch mal tiefer. Also insofern sollten wir jetzt wegen dieser kurzen Aufwärtsbewegung noch nicht gleich hyperventilieren und sagen, das ist jetzt hier der geile Bullenmarkt. Aber natürlich möchte man, wenn es denn eine Bewegung gibt, das Ganze nicht verpassen. Deshalb natürlich auch hier die Anregung, wartet auf Rücksetzer, dieser Art, die wird es ja früher oder später wieder geben. Und wenn es halt eine Nummer kleiner ist, ist es ja auch grundsätzlich in Ordnung. Nehmt sowas mit. Für die Intraday-Freunde unter euch, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Laune vergeht gerade hier so ein bisschen. Das sieht so halbwegs Ending aus wegen der kurzen Überschneidung oder vielen Überschneidungen hier im kurzen Bild. Der Markt also nicht mehr so richtig den Schub nach oben im Moment, weshalb eigentlich eine Pause ansteht. Das, was ich gesagt hatte beim DAX ebenso. Also da wären vielleicht die Marken bei 31.780 in etwa zu nennen, damit wir hier oberhalb bleiben. Das wäre schon mal ganz gut. Natürlich kann es hier auch noch mal eine größere Korrektur geben, die dann noch ein bisschen tiefer geht. Das kann ich ehrlich gesagt. Da gibt es jetzt verschiedene. Hier würde ich jetzt fast sagen, das sieht sogar dreiwellig aus. Kleine Korrektur und nochmal die fünfte Welle hoch. Wäre doch völlig in Ordnung. Also ich sehe zwar im kurzen jetzt hier im Intraday-Chart, ja gönnt dem armen Kerl mal eine Pause hier vielleicht für die nächsten Stunden. Ich muss aber sagen, ich halte die Chance für so ein Bild immer noch absolut für gegeben. Deshalb ist es umso wichtiger zu gucken, ob die jetzt die nächsten Stunden hier eine Schärfe nach unten entwickeln und wackelig nach oben und damit in die Überschneidung hier reinkommen. Oder ob der Markt sagt, ja komm, das tun wir uns gar nicht erst an. Wir machen nur ein bisschen wackelig Pause, kommen mal runter und dann eben die Fortsetzung nach oben. Also diese beiden Szenarien halte ich für ähnlich realistisch. Also dieses Bild hier finde ich gar nicht so schlecht. Das wäre dann tatsächlich ein ganz gutes Zeichen. Dann hätten wir nämlich nach der nächsten Pause nochmal mit dem Anstieg zu rechnen. Und selbst der wäre gemessen an der Bewegung, ja auch wieder nur mitten rein hier. Also ihr seht, so bullisch das Ganze aussieht, naja, wenn der jetzt hier sowas macht, ja das ist eine Korrektur, Schub runter, ABC, Trigger hier für die nochmalige Fortsetzung nach unten. Wer jetzt ein bisschen orientiert ist, wie jetzt Long oder Short, das hängt von der Zeitebene entsprechend ab. Kurzzeitig würde ich hier sagen, dass der Markt an Laune verliert, verloren hat, die Dynamik lässt nach. Deshalb wäre so meine vorrangige Erwartungshaltung, dass wir jetzt ein bisschen runterkommen. 32.000, 31.900, vielleicht sogar 800, aber idealerweise nicht mehr so viel tiefer als das. Wären noch völlig normale Korrekturen, würden also das vorläufig bullische Bild dann noch nicht mal so richtig kaputt machen. Und dann wird sich dann entscheiden, ob der Kurs diese Linie erst nochmal fährt, um dann später das nochmal zu fahren. Das ist alles aber Mutmaßung. Also bitte jetzt nicht sagen, so kommt das jetzt. Das kann ich ganz toll begründen, warum das kommt. Ich kann aber auch in einem Zwei-Stunden-Vortrag begründen, warum das andere kommt. Das verwechseln viele mit, ja, der hat ja auch keine Ahnung. Das ist völlig korrekt. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was als nächstes passiert, wie vermutlich alle anderen Menschen auch auf der Welt. Und deshalb müssen wir auf das reagieren, was da ist. Und wie wir reagieren, das habe ich versucht hier darzustellen, nämlich die scharfe Seite. Ihr müsst, eine wichtige Aufgabe lernt, scharfe Bewegungen von schwachen Bewegungen zu unterscheiden. Damit habt ihr schon eine erste wichtige Aufgabe erledigt. Viele von euch kennen das. Trigger-Marken hier, dann könnt ihr den Stop hier setzen und die Zielmarke, das, was vorne ist, hinten nochmal. Damit habt ihr im Prinzip schon einen grundsoliden Trade. Wer jetzt die genauen Marken haben will, die kann ich leider erst liefern, wenn ich diese Bewegung, damit die Zwischenhochs und die Tiefs dann habe. Vorher kann ich das Ding ja nicht ausrechnen, wo das Ganze ist. Das ist jetzt also noch nur mal ein Beispiel, damit ihr seht, worauf ihr achten solltet. Das könntet ihr übrigens auf allen möglichen Zeitebenen, also auch im Minutenschart bis runter, wenn ihr ganz extrem sein wollt, sogar noch niedriger. Ihr seht, wir hatten immerhin, bleiben wir mal beim S&P, hier einen ersten Anflug von der steilen Abwärtsbewegung. Ich habe die jetzt künstlich verlängert. Wenn er da ein bisschen wackelig hochkommt, seht ihr, dann hätte man da tatsächlich die Chance für Short. Noch ist es so früh, kann man das ja nicht sehen, deshalb bin ich da noch nicht im Tun drin. Wer jetzt so long ist, muss noch nicht wirklich in Panik geraten. Entweder er oder sie ist bereit, solche Korrekturen zu überleben. Dann wäre dieses hier eine Korrekturgröße, die man da im Auge haben kann. Also messt einfach mal, wie lang war denn die letzte Korrektur, wie groß war die. Das heißt, bis dahin müsstet ihr auf jeden Fall überleben. Das ist 4.010 beim S&P 500 Future jetzt hier gerechnet. Wären wir auch noch überlappungsfrei, dann wären wir noch nicht da drüber. Insofern alles safe. Also wer drinbleiben möchte, nicht super aktiv sein muss, der muss das aushalten. Denn ein Rücksetzer dieser Art würde das bullische Bild noch nicht kaputt machen. Das ist aber nicht gesagt, dass der Kurs doch durchgeht. Deshalb stoppt dann trotzdem hier in Sätzen, falls der Kurs dann sagt, nee, nee, das haben wir ja anders gemeint. Wer das nicht aussitzen will, wer sagt, ich gebe doch nicht so viel wieder her, der sollte über engere Stops nachdenken. Und ihr seht schon, 4-Stunden-Chart gibt da viel zu weite Stops, wenn ihr nach Parabolik argumentieren wollt. Vielleicht geht ihr mal auf einen Stunden-Chart oder ihr ändert die Parameter. Aus der Praxis, ich ändere nicht so gerne die Parameter, ich mache dann lieber die Zeiteinstellung. Und dann habt ihr relativ einfach jede Stunde einen neuen Punkt. Und dann wisst ihr, wo der Stop liegt. Solange er weiter klettert, sagt ihr, geht mich gar nichts an mit abwärts. Und wenn er umdreht, dann fliehe ich da halt raus und warte drauf, dass ich die nächste Aufteilung wieder hinbekomme, die ich sagen kann, ah, jetzt Short, also dann entsprechend. So, ich hoffe, dass das für euch hilfreich ist. Nasdaq, naja, gut, das Bild ist sehr, sehr ähnlich. Auch hier seht ihr, dass es fängt an einzudrehen. Also die gute Stimmung, die gute Power lässt so ein bisschen nach. Das lässt vermuten, dass wir in den nächsten Stunden eigentlich eher mit Schwäche zu rechnen haben. Die Schwäche sieht man noch, also man sieht die Schwäche in der Aufwärtsbewegung, aber man sieht noch keine starke Bereitschaft auf der Abwärtsbewegung. Also insofern jetzt noch kein Panikmodus. Aber wundern würde mich das aufgrund dessen jetzt hier eigentlich nicht. Wir werden sehen, was passiert, wenn die Märkte gleich eröffnen. Aber ich denke, mit einem Rücksetzer dürfte man durchaus mal wieder rechnen. Es muss ja nicht gleich ganz so stark sein, aber irgendwie was Wackeliges in diese Richtung wäre ja nicht so schlecht. Zielmarken sollten auf jeden Fall idealerweise oberhalb von 12.380 bleiben beim Future, damit wir möglichst wenig Überschneidung in den größeren Bildern haben. Erst wenn es da drunter geht, würde ich mir natürlich ernsthaft die Frage stellen, ja, okay, jetzt ist der Bullenmarkt tatsächlich nicht mehr das relevante Bild, sondern die Erwartungshaltung, dass wir von einer etwas größeren Korrektur sind. Mit vielleicht nochmal Umweg, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall eher, dass die Abwärtsseite die relevantere wird. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute an dieser Stelle. Einen erfolgreichen Nachmittag, ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr irgendwie sehen, in den Märkten oder in anderen Stellen, Born for Trading, wie auch immer. Euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.